Gute Morgen! Ich starte heute meine nächste 4-Tage-Tour. Es ist also nicht allzu lang. Es geht gleich hier von Bochum aus mit dem Flixbus. Ja und ich freue mich schon, auch wenn ich jetzt wahrscheinlich noch nicht so ganz schaue, weil ich ein bisschen müde bin, aber naja, es ist jetzt halb sieben und ich bin schon fast zwei Stunden wach. Ja, ich nehme euch wieder mal mit und werde jetzt die nächsten 4 Tage Holland auf meinem Fahrrad unsicher machen. Macht's gut! Bis später! Tschüss! Servus, hier ist Martin. Heute ist der 18. August 2022. Ich bin jetzt hier in Amsterdam. Das ist ein Bahnhof. Ich bin zwar aber nicht mit der Bahn gekommen, sondern mit dem Flixbus aus dem Ruhrgebiet angereist. Es ist jetzt knapp 11 Uhr, kurz vor 11 Uhr. Ja und heute beginnt meine 4-Tages-Tour. Ist ein bisschen anders als sonst. Also nicht vom Ort zu Ort, sondern ich fahre heute dahin, wo ich übernachte. Und von da aus fahre ich noch zwei Touren und dann geht's wieder nach Hause am vierten Tag. Ja, den Rest erzähle ich später. Dann haben wir später. Tschüss! Am the Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Servus, ich bin's Martin. Also es ist jetzt viertel vor eins. Ich habe jetzt circa 15 Kilometer hinter mir. Ich musste ein bisschen wegen der Baustelle ein bisschen umdisponieren, aber war nicht schlimm. Es liegen nur noch 44 Kilometer vor mir, also alles easy. Es regnet gerade etwas. Aber ich glaube nicht, dass es so schlimm ist. Das sieht, glaube ich, nur so schlimm aus aus der Perspektive von hier aus, weil die meisten Leute gehen da durch oder fahren mit dem Fahrrad da durch. Also alles easy. So, jetzt erzähle ich erst mal, warum ich hier gerade jetzt hier heute bin. Also ich hatte dieses Jahr einen runden Geburtstag und habe eine große Feier gemacht. Und, ah, da kommt gerade ein Flieger. Sieht cool aus. Ja, also, ich hatte eine Geburtstagsfeier und habe viele Gäste gehabt, meine Familie und Freunde, Bekannte. Und, ähm, die Familie von der Seite von meiner Schwester. Das heißt, meine Schwester mit ihrem Mann und Sohn, ihre Töchter, also meine Nichten, die schon mittlerweile beide verheiratet sind, zusammen mit ihren Ehemännern, die haben mir ein Wochenende in Holland, in Nordweig geschenkt. Ja, so einfach geht das. So kommt man zur Radtour, ne? Äh, ja, die haben schon das Datum vorgemerkt. Wir hatten vorher mit meiner Frau das, ähm, abgesprochen. Ja, und dann habe ich halt ein Zimmer bekommen in meinem Hotel, direkt in Nordwerk, an der Nordsee. Und, äh, der Rest ist ja meine Geschichte, was ich auch draus mache. Ich bin dann heute Morgen mit dem Flixbus, wie ich erzählt habe, von Bochum nach, ähm, wohin? Nach Amsterdam gefahren, genau. Kleinstadt. Bin dann jetzt hierhin gefahren. Und, ähm, durch die Innenstadt war gar nicht so schwer zu fahren, wie ich es vermutet habe, wie ich befürchtet habe. War alles easy. Bis allein zwei Sachen, aber naja, das ist halt so in der Großstadt. Ja, und jetzt geht es halt nach Nordwerk zum Hotel. Es sind noch 44 Kilometer. Ich glaube, das kriege ich hin, ne? Es ist Viertel vor eins, wenn nicht das Zwischen kommt, bin ich dann wahrscheinlich spätestens vier, halb, fünf da. Ähm, ja, und die nächsten beiden Tage bleibe ich dann vor Ort in Nordwerk. Natürlich nicht, äh, wenn ich mein Fahrrad mitnehme, bleibe ich nicht da und gucke mir das Meer an, sondern fahre dann zwei Touren. Die eine Richtung Norden von Nordwerk, die andere Richtung Nordosten von Nordwerk entfernt. Und, äh, am vierten Tag, das ist dann der Sonntag schon, da habe ich schon meinen Flixbus wieder auf die, für die Rückreise gebucht. Allerdings nicht von Amsterdam aus, sondern von Utrecht. Das heißt, ich radel dann erstmal von, äh, von Nordwerk nach Utrecht. Ich glaube, 60 Kilometer oder so. Und mein Bus fährt, glaube ich, erst um 18 Uhr oder so. Das ist auch alles easy. Ja, ähm, noch eine kleine Anekdote heute Morgen, als ich zum Bus einsteigen wollte, war der Flixbusfahrer nicht unbedingt begeistert und, ähm, vielleicht war er müde, schlechten Tag erwischt. Sehr freundlich war er nicht. Ähm, ja, ähm, das ist ein Sonderfahrrad, was ich hier habe. Also, das hier ist laut meines Flixbus-Busfahrers ein Sonderfahrrad. Ich wüsste das bis heute nicht. Und ich glaube, die, die es mir verkauft haben und alle anderen, die es bis jetzt gesehen haben, vermuten es auch nicht. Und zwar, angeblich ist der Lenker zu breit. Und der Rahmen, der entspricht nicht der Norm, die Flixbus an die Fahrräder, äh, wie soll ich das sagen, von Radfahrern verlangt. Gut, angeblich steht das in AGBs. Äh, das Problem ist, oder das Schöne dabei ist, ich bin jetzt heute ungefähr drei Stunden gefahren mit dem Bus von Bochum nach Amsterdam. Ich bin allerdings mit diesem Fahrrad schon, genau mit diesem Fahrrad, mit der gleichen Art von Fahrradanhänger. Das heißt, es war genauso wie heute. Am hinten am Fahrrad, äh, am Bus, und zwar nicht hoch, sondern im Stehen, bin ich mit dem Fahrrad schon mal bis nach Budapest von Essen und zurück mit dem Flixbus gereist. Das heißt, jeweils 14, äh, 19 Stunden. Und da ist nichts passiert. Der Busfahrer hatte, ähm, das hatte ein bisschen Bammel, dass der Lenker, die rechte Seite, die ja zu Richtung Kofferraumdeckel war, dass die ständig gegen den Kofferraumdeckel klatscht und, äh, baut. Und dadurch vielleicht am Lenker ein Schaden entsteht. Ich habe bis jetzt keinen gemerkt. Und der Rahmen ist angeblich zu breit, zu dick. Deswegen war die Aufnahme nicht direkt so da dran, wie sie sein sollte, aber hat es trotzdem festgehalten, mein Fahrrad. Also, kurze Rede, ne, lange Rede, kurzer Sinn. Mein Fahrrad und ich, wir sind hier angekommen und es scheint wieder aufgehört zu haben zu regnen und deswegen fahre ich jetzt weiter, ne? Wir sehen uns. Macht's gut. Tschüss. Musik 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 Hier ist was los Hier landet ein Flugzeug nach dem anderen Ich bin gerade mitten in der Einflusschleise vom Flughafen Skipoll in Amsterdam Da kommt schon der nächste Flieger Unglaublich Wir haben viel Spaß noch weiter bei Zuschauern Ich bin begeistert Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020